hallo zusammen und ja willkommen zu diesem einen anderen video ihr habt es mitbekommen dass nix mitzubekommen war ich glaube drei wochen oder so fast drei wochen ist das letzte video her und dann war ich krank eine weile lag ordentlich flach hatte keine energie irgendwie was zu machen und ja wenn man weniger sachen macht hat man mehr zeit über sachen nachzudenken und dann denkt man halt auch ein bisschen weiter über das spiel nach und habe das mal versucht zu reflektieren wie sich das spiel so entwickelt hat und wie mein bock noch drauf ist und ich habe mehr und mehr je länger ich darüber nachgedacht habe desto mehr habe ich festgestellt alter das spiel bockt gar nicht mehr und das hat mehrere gründe zum einen das ohne ende neue helden release und jeder release hat quasi die helden die du in der woche davor bekommen hast schon wieder komplett entwertet die top allianzen die immer versuchen up to date zu sein und die besten helden zusammen um die beste dev zu stellen und besten angriffsteams zu haben sind selbst die sind mit ihren reingecache nicht mehr hinterher gekommen was auch die folge hatte dass sich beispielsweise team korea eine top 3 allianz einfach dazu entschlossen hat fick dich es g fick dich wir spielen nicht mehr kompetitiv und wir cachen nicht mehr rein wir haben wir spielen unseren letzten krieg einige von denen wechseln vielleicht in eine andere top allianz andere spielen free to play weiter andere hören komplett auf aber die haben gesagt unter dem namen team korea sind wir keine kompetitive allianz mehr die hier rein gescht und oben um ersten platz mitspielt das ist ein punkt andere top allianzen da sieht man regelmäßig die fallen runter auf 27 personen die fluktuation wird größer weil immer mehr leute keinen bock haben dann kommen andere dort rein die qualität sinkt in dem moment auch weil je mehr top leute auf desto weniger sind logischerweise vorhanden ja und das merkt man in allen bereichen nicht nur bei den top allianzen auch hier bei den mittleren und so weiter und so fort das spiel also es gibt weniger allianzen mit 30 leuten klar man könnte sagen die ganz kleinen und die größeren können sich ja irgendwie zusammenschließen und lalala ja aber so eine fusion ist a organisatorisch immer schwierig und b ja menschlich meistens auch schwierig und lalala und so ein 30 mann krieg zu spielen ist halt schon so quality of life dingen wenn du das nicht mehr hast geht ja auch schon ein bisschen bock weg also zumindest ist es mir ist es bei mir so zudem hast du dann die allianz quest probleme titan vielleicht probleme je nachdem auf welchem niveau du unterwegs bist und so weiter und so fort das ist erst mal durch die ganzen hellen releases dann haben sie season 6 einfach mal weggecancelt haben gesagt wir machen so kleine mini seasons von denen wir aber noch nichts mitgekriegt haben normalerweise wäre nämlich season 6 jetzt schon angelaufen ist aber nicht ist nicht passiert und ich glaube viele leute haben sich immer auf die neue season gefreut nehmen sie einfach weg so die positiven dinge die die leute noch beim spiel halten es gibt dann ja auch neue missionen und alles was einige leute motiviert die etappen öfter zu spielen und und so weiter wird einfach nicht gemacht keine missionen mehr keine keine große anzahl neuer drei oder vier sterne helden es gibt vielleicht bei neuen events noch mal ein dreier oder vierer der zukunft aber jetzt kein so ein schwung wie bei der neuen season das nervt ein bisserl oder ein bisserl sehr und da auf die sachen die die community gut findet auf die wird halt drauf geschissen weil wahrscheinlich so eine karte zu designen mit 36 gegenden mit jeweils zehn leveln ist denen wahrscheinlich vom entwickler aufwand zu groß oder die hatten keine idee mehr wie sie in welches thema die die in der next season hätte reinhauen sollen vielleicht war der aufwand den einfach zu viel und so ein neuer hält zu designen auch das können sie jetzt schon da sind da sind sie drinnen das machen sie weiter eine komplette neue season nee da lassen wir die finger von so eine karte zu basteln ist echt schwer ja ja und da merkt man mal wie wie die liebe zur community ist und wie auch das feedback von der community aufgenommen wird und dann kommt für mich der tropfen der das fast zum überlaufen gebracht hat alpha etha ja die möglichkeit level 90 zu kommen mit einem zusätzlichen talent bei anderen spielen nennt man das vielleicht rune aber das ist dann riesen rune weil es gibt ein komplett neues zusätzliches talent ich glaube auf der beta hatte ludwig vom start weg sechs züge lang sport schon drauf ist halt also ganz ehrlich und es wird jeder hält in dem moment noch mal abgeändert wenn sonst helden released wurden ja die haben die komplette meter geändert zum teil aber man musste sich an ein zwei oder drei neue sachen gewöhnen und die mit ein bisschen kalkulieren und die neue meter finden jetzt ist es einfach mal so dass jeder verfickte held angepasst wurde durch diese neue limit break option einige ja sind es gar nicht wert die zu limit breaken weil die irgendeinen müll kriegen keine ahnung vielleicht ein offensiver held der bonus def kriegt oder oder was weiß ich und einige sind mega op hashtag ludwig auf dem beta ich weiß nicht wie ludwig jetzt in life ist habe ich noch nicht gesehen aber die schreiben hier rein das ist ein forum posten offizieller von sg das ding ist noch nicht final wir haben sie auch in der beta wir achten darauf auf die rückmeldungen von den testern und auf das feeling und sagt mal eigentlich was ist denn eure meinung zu dem feature konnte man hier sehr gut gut neutral schlecht und äußerst schlecht auswählen und das kam raus ja 85 prozent sehr schlecht fünf prozent neutral vier prozent schlecht dann vier prozent sehr gut und zwei prozent gut sechs prozent finden es haben sich darauf gefreut nehme ich jetzt einfach mal dreist raus aus dieser statistik wobei das wort 30 unterstreichen und was machen 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 wir einfach mal so ja los geht's ich meine von von 20 spielern finden das 18 scheiße und einer ist unentschlossen und einer freut sich ja so ungefähr übrigens trotzdem live weil wir werden ja die möglichkeit haben wie kann man denn die bekommen ja ich bin ziemlich sicher dass man die auch kaufen kann oder vielleicht auch beschwören ich glaube es war sogar irgendwo geschrieben dass man die beschwören kann wenn man sehen wie das jetzt am ende passiert aber es geht einzig und allein wieder man hat jetzt so viele helden voll und vielleicht auch mit den bisherigen limit break sachen die man ja auch zusätzlich kaufen konnte voll und wahrscheinlich verdienen salm am limit break eins nicht mehr so viel jetzt müssen sie limit break zwei machen um wieder geld zu verdienen was anderes ist das nicht es geht nur ums geld und das ist halt die krank ausrasten und das macht halt keinen spaß mehr jetzt muss man bei jedem angriff den man macht wieder genau hingucken ich gehe mal hier jetzt rein welcher hält denn schon eventuell auf 90 ist und welcher hält noch gucken ob hier schon irgendjemand neunziger in der def hat ist ja hier die standard leute haben das nicht ja okay ja das nächste problem ist man hat zehn alpha a da geschenkt bekommen wenn man einen kostümierten helden als tank hat kann man mit den zehn diesen helden noch nicht immer voll ballern ja geht halt nicht guck mal hier hier wird angefangen zu leveln warum auch immer er den gewählt hat vielleicht spielen die noch lila tanks eigentlich will ich keine empfehlung zu dem ding annehmen aber natürlich macht es sinn zuerst den tank den den neuen limit break zu geben aber ich kann es nicht ich habe einen kostümierten tank und die unkostümierte version hier sehen wir mal an vollen die unkostümierte version braucht die zehn alpha a da und die kostümierte dann braucht auch noch mal einen das heißt ich kann meinen meinen leonidas kostüm jetzt aktuell nicht limit break 2 verpassen müsst doch erstmal gucken ob das überhaupt was bringen würde warum man barstet limit break 2 verpassen sollte außer für die basiswerte die wie heftig das scheiß wie jetzt ist sechs züge immun gegen feinde das ist halt so ein ding der bringt gar nichts ja und dann gibt es wieder komplett op sachen aber ich finde gerade keine op sache ich scroll mal durch vielleicht finde ich einen ja ich habe jetzt ganz wenige erst gefunden die das anhaben und ich sage mal so bei ihr hier sie kriegt halt verteidigung drauf oder so so sieht der spaß dann aus aber schaut euch schon mal die stats an ja das ist halt abartig zu beginn jedes kampfe sei halt dieser halt sechs züge lang plus 20 prozent verteidigung kampf mit mehreren werden wird dieser effekt zu beginn jeder welle erneuert also ja okay das interessiert ja im krieg nicht aber solche sachen muss man halt jetzt permanent prüfen wenn man angreift wenn da irgendwo sich ein spotter versteckt oder irgendwas anderes sich versteckt muss man ja drauf reagieren und man muss so viel jetzt beachten dass es einfach nur nervt und es ist ein so riesiger eingriff in die meta dass man wieder so viel ummodeln muss und man ich sage mal so die top allianzen wenn die weiter top bleiben wollen team korea hat ja gesagt nee aber die anderen gypsy danger oder seven days departed oder fighting skills also die wenn die wirklich dort dabei bleiben wollen werden die ja quasi gezwungen sobald das erste angebot für alpha etha kommt da alles leer zu kaufen ja ansonsten bist du nix und darauf spekuliert es die halt und das ist der wahnsinn die führen ein neues item ein und ich weiß nicht wie viele verschiedene talente das sind ob das sechs sieben acht oder zehn oder was auch immer sind ich will mich mit dem thema ehrlich gesagt gar nicht beschäftigen die machen halt lieber das in der annahme dass es mehr cashflow generiert oder mit der erfahrung vielleicht aus limit back 1 dass es mehr cashflow generiert ähm als eine neue season im vergleich aufwandskosten gegen reaktions gegen ja erlös und die scheißen auf die community so ist es einfach und mittlerweile ja ich cache nicht mehr gar nicht mehr also ich hatte ja eh schon runtergeschraubt aber jetzt bin ich auf null gegangen ähm seit sechs wochen oder so also schon bevor ich krank war war da schon der Wandel und ich werde auch bei null bleiben ich werde in dieses spiel nichts mehr investieren und äh klingt vielleicht jetzt für einige traurig vielleicht nicht für alle ähm ich weiß gar nicht wie lange ich hier noch äh wie das zu dem spaß machen vielleicht äh ja stirbt der youtube kanal in den nächsten wochen schrägstich monaten oder was auch immer ähm oder vielleicht switche ich auf ein oder mehrere andere spieler auf aus oder vielleicht mache ich komplett anderen content ich habe keine ahnung ich habe ein paar ideen was man machen könnte aber da da muss auch äh der spaß dabei sein ich mache das hier nicht aus finanziellen Gründen ich mache das aus spaß und äh aktuell habe ich ja keinen spaß und ich finde es aber trotzdem dass es dazu gehört wenn wenn hier über tausend Abonnenten dranhängen äh dass man sich da zumindest mal erklärt ähm so ein bisschen Verantwortung muss dann auch da sein und das habe ich jetzt hiermit getan ihr wisst ungefähr äh warum ich aktuell struggle Videos zu machen und ich nehme an dass jetzt die nächsten Kriegsvideos ich wieder was machen werde vielleicht kommt auch nochmal zu dem Alpha Aether Schnodder ein Erklärvideo wenn ich die Muße habe aber aktuell habe ich sie nicht ähm und ja da wisst ihr so wie es aussieht so ein bisschen Midlife-Quizus aktuell und das Spiel hilft nicht dabei das Spiel hilft einfach nicht dabei hinzu kommt dass halt gesundheitlich aktuell ein bisschen alles kacke ist und ja ähm ich andere Hobbys sterben lassen muss wegen der Gesundheit und äh ja das zieht einen halt runter energietechnisch runter und dann regt halt jeder Scheiß auf vielleicht regt mich das auch mehr auf als es aufwägen sollte hier das Spiel aktuell aber ähm dann verweise ich wieder auf Team Korea und und andere äh Spieler aus den Top 100 ähm die hören ja nicht umsonst auf die haben ja äh nicht random das empfinden und ich merke das ist wie so eine Parabel geht dass immer mehr und mehr und mehr und mehr äh zu dem Schritt kommen zu dem ich gerade komme ne ich cache nicht mehr und ob ich das Spiel weiterspiele weiß ich noch nicht ja auch aus dem bekannten Umfeld gibt es da einige es nimmt halt zu und ich glaube ich hab so das Gefühl SG die will die Kuh noch so weit die haben bewusst nicht S6 gemacht weil sie vielleicht haben sie es auch aus irgendwelchen Auswertungs äh äh Statistiken schon rausgelesen dass das Spiel nach und nach stirbt und deswegen haben sie die S6 nicht gemacht und wollen halt noch ein bisschen melken so lange wie es geht Schrägstrich Alpha Aether Schrägstrich irgendwie vielleicht aber auch nur vielleicht noch eine Mini Season aber so schöne Updates die die Community freut die vielleicht ein bisschen aufwendiger sind so wie die Monsterinsel und so ach das geht gerade nicht das können wir gerade nicht machen ja je länger man drüber nachdenkt desto mehr kommt man zu dem Entschluss äh die entwickeln nur noch für Cash scheißen darauf was die Community davon hält weil sie das Spiel eh sterben lassen und äh versuchen aus Meister auszuholen und ja das das merkt man an der an der Qualität im Spiel und an der Stimmung in der Community und am Spaß so genug gemeckert ne eigentlich kann man hier nicht genug meckern aber genug für das Video ich bedanke mich fürs Zuhören haut rein bis denn ciao ciao